Ich übergebe das Mikro jetzt an den Garten. Daniela ist auch da. Die Antifa ist da. Ich freue mich. Das ist nicht die Antifa. Wir sind die Antifa. So, liebe Freundinnen und Freunde der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Demokratie und der vernünftigen Selbstbestimmung. Das ist nicht die Antifa. So, meine Gitarre funktioniert, sie kraft ist ein bisschen. Also, das geht jetzt hier zu den Menschen zu meiner Rechten. Die Antifa. Richtig, du kennst meinen Song. Ich danke dir. Danke schön. So, super, ihr könnt ja mitsingen. Also, liebe Antifa, ich habe euch ein Lied geschrieben. Die Leute hier kennen es, stelle ich gerade fest. Ich bin ja total überrascht. Gib mir einen Klick, Liebeslied an die Antifa. Gib mir einen Klick. Ich möchte die 10.000 voll haben. Und ich möchte die Antifa bitten, mir auch uns gerne ein Lied zu schreiben. Wir geben uns hier gerne in einen Songbattle hinein. Sozusagen der Corona Vision Song Contest. Und, liebe Antifa, es ist wirklich voller Liebe gemeint für euch. Ich komme auch aus der linken Ecke. Und für mich steht die Freiheit des Menschen als oberstes Gut da. Wir sind alle hier, um frei zu leben. Um frei zu atmen. Und frei zu sein. Ich finde es toll, dass wir Gegendemonstranten haben. Weil ich finde, es ist auch immer wichtig, dass man uns sagt, Moment mal, denkt nochmal über eure Argumente nach. Tut ihr das? Denkt ihr regelmäßig über eure Argumente nach? Kritisiert ihr eure eigenen Argumente? Ich höre nichts. Ja, natürlich. Ich kritisiere auch meine Argumente. Jetzt die Frage an die Antifa. Macht ihr das auch? Kritisiert ihr auch regelmäßig eure eigenen Argumente? An das Fernsehen. Kritisiert ihr jedes Mal eure eigenen Argumente? Oder nehmt ihr die einfach so hin? Ich stelle mich in Frage und ich stelle mich vor den Spiegel. Und da finde ich meine Wahrheit. So. Und der Song geht? Warum beschimpft ihr uns? Und nennt ihr uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Und warum beschimpft ihr uns? Und nennt ihr uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Und Pöbel steht ihr an der Seite? Lauter gesichtslose Leute. Die Augen voller Hass und Wut. Den Mittelfinger zeigen, das könnt ihr gut. Und jetzt seid ihr dran? Moment. Voller Freude winken wir zurück. Winkt mal alle! Wünschen euch Liebe und ganz viel Glück. Legt mit uns die Hand aufs Herz. Heilen wir gemeinsam jeden Schmerz. Und warum beschimpft ihr uns? Und nennt ihr uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Und ihr mit? Und warum beschimpft ihr uns? Und nennt ihr uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Und wir haben einen falschen Schein. Mach den Fernseher auf. Speich ihn raus! Schalt sein Hirn an! Und stehe auf! Stehe auf! Stehe auf! Und warum beschimpft ihr uns und nennt ihr uns Nazis? Und was haben wir euch denn angetan? Und warum beschimpft ihr uns und nennt ihr uns Nazis? Und was haben wir euch denn angetan? Yeah, und alle, ich will euch hören! Und warum beschimpft ihr uns und nennt ihr uns Nazis? Und warum beschimpft ihr uns und nennt ihr uns Nazis? Und was haben wir euch denn angetan? Ich danke euch für eure Anwesenheit, ich danke euch für diesen wundervollen Applaus. Man sagt ja, der Applaus ist das Brot des Künstlers. Jetzt habe ich mein Frühstück für morgen schon zusammen. Danke euch, danke Hannover!